Ich bin ein Picknick-Freund. Für Picknick ist die Gegend genau das Richtige. Ich habe ein paar Fragen an Sie über Michael Tandino. Ich hatte noch nie ein Telefon als Zellenkumpel. Dürfte ich noch ein Weilchen bleiben? Ich habe mir eine Pizza bestellt. Wir haben sechs Zeugen dafür, dass sie da eingebrochen sind und gerade anfangen wollten zu randalieren und dann sind sie selbst durch das Fenster gesprungen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich suche nach Mr. Maitland. Ich habe Ihnen nicht das Geringste zu sagen. Na, wie geht's, alter Junge? Ihr Jungs habt ja echt von gar nichts Ahnung, oder? Ihr habt eure Marken und eure Kanonen und das ist es dann auch. Hey Mädels, stell den Schotter woanders hin. Wenn ich Klubs oder Trinke, muss ich sofort tierisch kotzen. Also Leute, das ist echt der sauberste und gemütlichste Polizeischlitten, in dem ich je gesessen habe. Kann ich hier mit meiner Schrankwand einziehen? Ich möchte wetten, junger Mann, dass Sie der Stolz Ihrer gesamten Abteilung in Detroit sind. Aber es scheint mir offensichtlich, dass du nicht die geringste Vorstellung davon hast, mit wem du es hier zu tun hast. Ich weiß nicht, was Sie glauben, was ich für einer bin. Vielleicht halten Sie mich für einen Vollidioten. Na los, machen Sie schon schnell! Kriech wieder zurück unter deinen kleinen Stein in Detroit, bevor du zerquetscht wirst. Keine Bewegung! Gib mir Deckung! Polizei! Sie sind alle verhaftet! Du solltest das nie wieder tun, sonst erschieße ich dich. Eddie Murphy in Beverly Hills Cop. Ich löse den Fall auf jeden Fall. Und wetten, dass ihr dabei seid?